Die interessantesten Serien kann man immer machen, wenn man nichts bezahlt kriegt. Oder ganz wenig, weil dann sagt man, man macht einfach was man will und niemand kann was dagegen unternehmen. Also ich habe schon so die Modefotografie ein bisschen untergraben oder weitergeführt oder eben probiert, wie weit man gehen kann, was dann noch immer als Modefotografie vielleicht akzeptabel ist oder nicht. Also das hat einfach Spaß gemacht, sowas auszuprobieren. Und gleichzeitig war es eben eine andere Idee.